so das wird der level und wie man gesehen hat das wird nicht ganz so folglich gleich am anfang hier direkt im sterben liegen das ist nicht so meine art ich hab sowas von bock drauf ich glaube ich werde am anfang gleich die plasmawaffe benutzen und dann alles schön erstmal weg plasmann weil rocket launch noch nicht benutzen aber ich schieße uns selber ab von daher wird es nur der plasmannwaffe sein ja wo denn ich schieße mich von unten ab auch weil ich bin hier durchschießen könnte ich ist und durch die untere strebe ok machen wir anders das geht immer so gar nicht ich muss mich gleich von anfang an bewegen als dass sie mich durch diese scheiß reling hier abschießen können ist so bullshit man sieht die nicht aber die können eins abschießen wieder getroffen wieder getroffen nehmen wir das muss jetzt hier weglaufen jeder bleibbar naja benutzen kann gut denn mal sterben du antrag ok ok habe ich schon mal gedacht dass ich solche maps hasse so hier muss man nachladen ok wie die videos einfach dadurch abschießen können hier durch das ding können uns einfach abschießen obwohl wir sie nicht sehen können hat es so unfair ja gut hier haben wir einen relativ guten spot hier können wir na 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 da ist ein da nein ja komm hoch kommt hoch kommt hoch kommt keiner hoch das stimmt vielleicht kann ich es gar nicht zu fertig machen da kommt okay das war nicht am waffen aber geil nice gefällt mir mindestens einer lebt noch scheiße alter ist das hässlich ich dachte ich kann überlaufen aber leider doch nicht was oh nein es wird immer schlimmer ich würde mich verarschen komm wir hoch hier nein das kann ich vergessen ähhh wisst du was ne geht 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 der zuhause gut also die fall auslösen also erstmal die tür runter holen dann die fall auslösen damit das hier hochgehen wenn ich auch gar nicht verledigen wobei die auch noch mal sind dann wieder runter gehen weil die runden die pink ist nicht erreichen aber ich kann mich hier unten erst mal um diesen tag wo die man kümmern nee erst mal richtig runter fahren ok So, jetzt du antragst. Danke, der Nächste, da. Okay, haben wir. Nein, die kommen ja runter. Also jetzt kommen diese scheiß Viecher auch noch runter. Oh, Alter. Also langsam wird aber illegal hier mit eurer scheiß Illegalität. Ne? Wisst ihr das schon? Erstmal Speichern. Alter, das kann ja nicht wahr sein. Das hast du schon wieder für eine Map hier. Ist ja schlimmer als die Original-Doom-2-Map hier. Tricks und Traps. Manu, ich wollte hoch. Hat denn Rainer überlebt? Ah, sieht soweit ruhig aus. So, jetzt muss ich die Dinger doch auch noch aufsammeln. Ne, muss ich nicht. Die kann ich halt auch so erreichen. Oh, Gott. Evil Eye. Okay, das Auge des Böses. Ne, ne, du müsstest ja Eye of Evil heißen. Oh, Mann, Alter, ich hasse mich jetzt auch schon wieder für eine Map hier. Oh, Gott. Guckt euch die Kack-Map an. Guckt euch diese verfickte Kack-Map an. Ihr habt keine Bock mehr. Guckt, erst mal den ganzen Ips wegbekommen. 150 Gegner, naja. Ich versuche mal ganz kurz, ob ich den hier mit dem Rocket Launcher erledigt bekomme. Jawoll. Sehr schön. Habe ich nachgeladen? Ja, habe ich. Was ist das? Okay. Das Witzige ist ja, ich habe dafür auch schon mal Freedom gespielt. Sie ist eine etwas ältere Version, eine viel ältere Version. Und, ähm... Ah, diese Map ist tatsächlich eine Map, an die ich mich sogar noch erinnern kann. Weil also, sie war erst schon früher vorhanden. Und sie war so schrecklich, dass sie mir in Erinnerung geblieben ist. Und das ist das Traurige daran. Na komm. Meine Fresse. So, noch einer. Gut, ich schätze mal, das ist der Fahrstuhl. Also, das sieht schon geil aus. Das hat so ein, hat so, ja, so ein, so ein Tiefeneffekt hat das einfach. Das war das Ganze wesentlich atmosphärischer. Nice, gefällt mir. Auch wenn mir die gesamte Map als solches nicht gefällt, das gefällt mir. Hier sind ein paar Steine. Ähm... Brauchen wir nicht. Da reicht uns die hier erstmal aus. Aber das hier brauchen wir auf jeden Fall. Und das hier. Gut, das ist wohl erstmal nicht. Achso, das ist ja auch noch nicht ein Shotgun. Okay. Wir werden uns also erstmal an der Shotgun halten. Ja, definitiv Shotgun. Oh, nee, doch. Na, alter, ich f***, alter. Der ist doch nicht mehr normal, der ist doch nicht mehr normal. Übrigens. Wie ihr, wenn ihr selber jetzt Maps erstellt, wie ihr diesen Effekt hier erzeugen könnt. Kann ich euch später auch nochmal zeigen. Hä? Alter. Ich hasse es, dass ich durch die Waffe nicht seine komischen Angriffsbälle da sehe. Hörst du mal still hier. Alles, was ich will, ist nicht für die Tieren. Danke. Das ist ja noch mal. Das ist ja auch noch. Nein, danke. Das ist ja so. Kein Respekt mehr, jetzt. So, dann haben wir den den Raum hier abgeschlossen. Von hier haben wir dann soweit alles. Sehr schön. hat der hier etwas geöffnet wie ihm auch sei, auf jeden fall dann heben wir uns den backpack natürlich für nachher ein bisschen einfacher gegner, so da ist auch noch ein schalter was hat der gemacht mal ein bisschen verstecken spielen hier wow, Junge ok oh man, oh man, oh man, oh man kommt man eigentlich rein? und das ist ja einfach nur Ambiential, also zu wenigstens sehe ich hier keine Items also Secret, keine Ahnung ob es ein Secret Home ist also auch ja so ab in den nächsten raum mit dem toten schädel drauf ist bestimmt gesund auch noch so ein viehsch zwei feeder ok tschau kann ich mir bitte rauskommen also die kommt nicht raus jawohl kann ich die besser bekämpfen außer ich muss jetzt mal nachladen was macht der mit dem armen pingy also ich hasse die viecher zwar aber so ein schicker habe ich ihnen das nicht gewünscht so oh einer so na komm nein kann ich nicht später wieder von innen öffnen da kommt die zu so man kommt später wieder von innen öffnen kann ok also selbst wenn das hier der falle sein sollte kann es wieder abhauen ja drei minuten bei medium hä nee drei minuten bei mittlerer temperatur würden die doch so rum scheiße naja solange die fischerein des fonds kommt geht das ja noch oh fuck viel zu spät abgedrückt ich habe auch wieder gelb schon wieder diese wege alter ich habe gerade gesagt hoffentlich kommen keine tiere rein gespawnt so ich habe euch alle so sehr komm her du auch halten sie noch wollte mich ficken ok erstmal hier ich glaube bei dem was ich höre ist das hier bild die angebrachte vor alter wollte ich mich verarschen verarschen ihr wollt mich doch verarschen oh alter ernsthaft jetzt das ist ein witz äh das ist aber jetzt auch ein witz oder ohne aufgott ich hab neu äh äh öh 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 aber komm mal daher umso in der neutrale bis umso effizienter sind meine schüsse ja geht doch nicht bis nach japan bringen wir alle wesen bitte steigen sie ein der zug fährt in drei minuten los danke ich hab mir gerade ein wir haben bei der vorigen bei der vorvorigen mal keine ahnung vergessen zu gucken was auch die anderen teleport ach nee wir haben wir nicht vergessen wir konnten ja nicht mehr zurück stimmt ja die map hat uns ja nicht mehr zurück gelassen einfach mal die klappe halten noch einer war wirklich früher auch so ich hatte wir sind damals mit zügen sehr oft rumgefahren also jetzt hier mit der regionalbahn damals nach cdn parkbahn und sowas alles und da sind wir ja auch mit dem regio gefahren und bei der regio hat man ja immer zwischen also wenn so ein regio-zug am bahnsteig hält ja der fährt jetzt hier ein tut tut da hat man ja zwischen dem wagen und dem bordstein von dem bahnsteig immer so eine lücke als ich noch ein kind war hatte ich immer tierisch angst dass ich mit einem fuß da so reinfalle und dann nie wieder rauskomme und dann der 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 zügelose loswert und dann einfach so mein bein das ist schon ein bisschen wer wirkliches vorstellungsvermögen hat und genug boom gespielt hat der weiß was ich mir da vorgestellt habe und da hatte ich früher immer so tigrische angst vor ich mach euch alle platt verpisst euch ihr seid nicht willkommen ihr seid get out of my station um es mal mit den worten von dooms the way back to saturn zu sagen wo ist der andere aha und jetzt gibt es die munition ok ich sollte doch mal etwas mehr von der hier benutzen der hier und dann hat er sich noch mal dünner hier ist auch was drin oder ja da war doch klar kommt ganz ehrlich meine wir kennen doch wieder funktioniert führen dass er mich noch nicht ja ich bin ja wahrscheinlich scheiße hier kommen hallo wieso mache ich ihm so überhaupt keinen schaden 800 grad mal normalerweise recht ein magazin komplett aus und jetzt habe ich gerade mindestens zwei magazine verballert so sieht es nämlich aus gott damit was war da gerade eben los sind meine kugeln da an dieser imaginären wand abgeprallt oder was es war ja gerade schon fast peinlich hier also will man ja nicht sagen ich nehme schon mit abkunden vielleicht alles mitnehmen aha okay okay oh man ich habe so was von die nase gestrichen voll gut genug ich wieder raus und dann mache ich eine fertigung hallo wir folgen sie mir war es an die stelle ist in der wochen der schnitt ist ja eigentlich ja leck mich doch am arsch ja ich bin schneller als du kriegst mich nicht jetzt ist ultra langsam kann man sich mal einig werden scheiß leicht wir gehen immer weg haha so hat jetzt davon ist alles was ich von dir halte du bist ein stück frischfällig was man abschließen kann meine güte die gehen wir auch so was von uns die eier danke kann ich mittlerweile echt gebrauchen dank den ganzen fischern hier so jetzt bleibe ich auch mal bei der waffe hier da habe ich jetzt noch ein ganzes runter da pick keine fischer gespawnt das hat der schalter jetzt überhaupt gemacht ach der hat die wand runter gefahren ah ok 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 das macht Sinn oh oh so das ist awesome achso brauche ich ja noch gar nicht ach die brauche ich noch gar nicht so eine viel abkürzung hier gefällt mir ich glaube ihr glaubt ja wohl nicht dass ich dem braten hier traue hm wo sind die gegner wo sind wir hier oh bei der gelben tür wir haben aber noch gar keinen gelben skuld da kommen wir doch gar nicht durch ach man ey ach ok vielen dank wisst ihr was lego mio haha ihr kommt nicht weiter so wo 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 na komm komm kakodemon hier wo bist ich wusste gar nicht dass sie so eine gute weg finden um KI haben wo kommt der kakodemon hallo hallo ich geh da nicht rein so lange bis der rauskommt wollt ihr euch jetzt da kommt da ich bin grad gesehen ja ich werde noch verrückt ich werde noch verrückt ok kommt ihr beide erstmal hier da 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 ja da da ist er da ist er der kakodemon komm her der ist näher als ich dachte danke so jetzt ihr beide hier ne immer schütterei nach man würde nicht übertreiben na komm her ja ein gesindel hier gibt es eine munition ja gut oh man warum eigentlich immer ich weißt du was hier komm fuck ja wie schlecht kann eigentlich sein ich hab nicht gespeichert ich hab keinen bock ich hab keinen bock äh was ihr wollt hier ja genau sehr schön das war dumm 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 was wer teleportiert sich hier wohin wuah oh alter lecker arsch ey dieser scheiß Viecher diese kotzen mich an ne komm erstmal du hier oh man danke danke so jetzt hier bam bam rinderwahnsinn so kakodemon antraben sofort oder ich rufe deine mutter an ah gut so lange bis der kakodemon kommt nämlich erstmal mit dir hier vorlieb dankeschön wo bleibt ihr denn jetzt jawoll und der ist wahrscheinlich schon der andere pinkie jetzt wird zelt oder wie jetzt ich will aber keine leiche mach doch da ok gut jetzt wird das auch geklärt alter ich hasse wenn ihr mal irgendwo rumspawnt wenn ihr auch noch direkt vor die vor die fresse rauskommen hier ist doch nicht mehr normal guck mal äh ok besuch nein so jetzt gehts hier weiter oh guck mal her oh man ich rufe komm hier na gut hier ist auch noch gar da kann ich das mal gar ziehen noch 70 gegner scheiße ich rufe ich rufe ich rufe ich rufe ja los du auch du auch was ihr trefft euch nicht gut okay du da wir haben noch hier haben wir noch ein pack und wir haben drüben noch ein pack und ein backpack ich kann mich also hier erstmal relativ gut austoben ansonsten haben wir hiervon auch noch eine ganze Menge das rolle es kommen noch mal 30 gegner ich will nicht komm wir machen hier erstmal save haben wir komm 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 oh komm 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 und komm komm Ja, das ist Exit. Vielleicht doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Vielleicht geht hier doch taktisches Spiel. Sorry. Ich wollte dich nicht wecken. So, schau, ein Pinky. Und ich höre so einen roten Vieh. Ja, hier erstmal herkommen. Danke, danke, danke. Da geht es ja noch weiter. Oh, Alter. Meine Fresse. Da hast du viel, da hast du viel. Okay. Verstehe. Ja, doch. War schon Sinn. Äh, gut, hier komme ich mal nicht drin. Da kommen wir rein. Du, Antraub. Nee, du noch nicht. Äh, ich meinte eigentlich eher dein roten Freund. Was? Ach, Mann, wo? Alter, hier hast du nicht gerade zu viel mit einmal. Ich bin gut getroffen. So, was ist da schon wieder los? Oh, nein. Komm her. Trau dich mal, du kleine Missgeburt. Komm. Gut so. Arschloch. Macht das hier noch was krach? Oder war es das jetzt so hier? Gut, ich mach erstmal die... Ich mach erstmal die... Ich mach erstmal die andere Seite hier. Ich hasse es nämlich, ...und zwischen zwei Frontenfried zu führen. Oh, oh, Mann, Alter. Ah! Eine schicke Perle. Sollten wir es definitiv merken? Oder muss ich die wieder greifen, um hier etwas auszulösen? Ich probier mal kurz. Ja, war doch klar. Mann, ich hasse es, wenn man items greifen muss, um hier etwas auszulösen. Also erstmal gucken, ob wir auch ohne Ditting klarkommen. Und bisher hat sich ja nur noch keine Falle geöffnet. Vielleicht... ...muss man das Ding nicht benutzen, um ins Ende zu kommen. Ich geh jetzt mal hier lang. Eigentlich haben wir Backlight. Äh, Flashlight. Backlight. Wobei, hier sieht es munitionstechnisch besser aus. Hallo! Tschüssi! Leck mich doch! Wie hat er uns gerade gesehen? Das ist doch unsichtbar! Alter, ich hasse sowas wie die Fels. Meine Güte! Ich habe ja noch nicht mehr. Hau! Ich habe doch noch eine kleine 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 schwingte. Ich habe ja gerade einen Schmeck' mit einem Team, um hier zu finden. Und jetzt auf der Kurskunde zu finden. Hau! Hau! Tien wird hier mit einem schweren Schmerzen. Ich habe ja auch keine Schmerzen, aber ich bin noch mal schön. Hau! Wunder! Hau! der schick war gut unsichtbarkeit ist weg hat man sich sowieso nicht als zu viel gebracht von daher so hier waren jetzt die muni ja ich nehme ich brauche ich noch gar nicht doch so hiervon haben wir jetzt wieder ein bisschen was außer es kommen noch mehr pinkies dann natürlich nicht ein smasher interessant der zerdrückt eiskund die ganze fliegen oh gott siehst du jetzt war doch dafür sind gut ich habe jetzt mal zu mir man da nicht so schön langsam rückwärts gehen einmal hier moonwalk wo das ding heisst da kommt alle her hier Fuuuuck! Monster! So! Jetzt will ich mir die kack hier Und jetzt geht's ab zurück Woah, Alter! Geht ja ganz schön färb hier So, worum müssen wir jetzt hin? Wir haben jetzt hier einen blauen Schlüssel Achso, damit geht's direkt ins Exit Woah! Ach, boah, mach mal mit dir ab Gut, okay, halt, machen wir anders, machen wir anders, machen wir anders Scheiße, ich hab schon gespeichert! Na gut, achso, halt Was machen wir denn hier? Ich hole erstmal die gesamte Munition, die uns hier noch zusteht Achso, der Schalter war nur hier für das Ding Ich dachte, der hat jetzt noch was geöffnet Irgendwie Praktisches Secret im Secret Aber War ja gar nicht so, hier war auch noch was Sehr genau Dann werde ich das wahrscheinlich auch noch brauchen Weil, es sind ja jetzt noch ein paar Gegner Leider Kommt der hier gar nicht raus? Nee, der kommt nicht raus! Ha! Bitch! Nubi 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 Reaktion Reaktion wie ein Toastbrot hier Mal Könnt ihr euch nicht gegenseitig treffen? Genau so Wieso reagierst du nicht darauf? Alter! Man kann sich nicht mal mehr darauf verlassen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen Nein Neee Also komplett safe, Stuart Wenn man dafür mal die richtigen Waffe auswählt Geht doch Ach komm Feucht ㄇ N Strong HîP So Tief An Man Schifft W Tief Wie like Die Das war's für heute. 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 Das war's für heute.